Dass wir das besser können, ist völlig klar, aber am Ende müssen wir absolut konstatieren und respektieren, dass die Jungs Menschen sind mit Tagen, wo jede Entscheidung sitzt und Tagen, wo viele Entscheidungen sitzen. Und gestern haben viele gute Entscheidungen eben nicht gereicht. Gestern hätte nahezu jede sitzen müssen, das ist nicht der Fall gewesen. Die rein menschliche Komponente, dass auch bei mir eine Niederlage logischerweise eine Wirkung hinterlässt und man danach nicht fröhlich pfeifend irgendwie ins Bett geht und fröhlich pfeifend wieder aufwacht, sondern natürlich das Ganze erstmal, wie gesagt, als Mensch verarbeitet, darüber hinaus das, was man als Trainer zu tun hat. Also sie sind nah dran, sie sind mitten in den europäischen Plätzen, das geht ja in dieser Tabellenregion ja von Krise bis Europa schnuppern, da sind es irgendwie fünf Minuten und da ist Wolfsburg in einer sehr, sehr guten Ausgangssituation. Situationen, wir haben mit Louis Gustavo einen außergewöhnlichen Transfer realisieren können, haben unseren Ex-Spieler Ivan Perisic, der immer besser in Schwung kommt, haben Diego, von dem ich nicht weiß, ob er spielen kann oder nicht, haben mit Arnold, eines der größten deutschen Fußballtalente, Kaliguri in Schuss, jetzt wirklich nach einer Verletzung auch da alles Gute, alles hohe Qualität. Vorne Ivica Olic, irgendwie hieß es mal, trifft nicht so richtig, seitdem trifft er. Und das ist also wirklich nicht nur eine Offensive, aber eben auch da eine überdurchschnittliche Bundesligamannschaft, die absolut an bestimmten Tagen jeden anderen Gegner schlagen kann und dem werden wir uns stellen müssen.